Nein, roter rennt zu gelb, roter rennt zu gelb, shit. Ich probiere ihn zu treffen, Leute. Normalerweise mache ich das nicht, weil das Assi ist. Oh! Nein, er kriegt das Bett von denen, aber ich habe denen den Shot des Jahrhunderts gegeben. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft. Ja, Bett, wo ist es? Ja, der Start ist jetzt noch seine Aufnahme. Wisst ihr noch damals aber auf der Runde Revy, auf dem Revy-Server, wo ich dann irgendwie so nach vier Minuten meine Aufnahme gestartet habe? Wer das sich noch daran erinnern kann, kann ja immer alles in die Kommentare schreiben. Nein, wir sind nicht wie Ducky Bee uns sagen. Dann könnt ihr auch mal einen Daumen nach oben gehen lassen, weil die sagt irgendwie pro Video fünfmal, dass man einen Daumen nach oben geben soll, wenn man sich das aber legt. Fünfmal, äh, viermal sagt die das. Dann heißt das, dass ihr insgesamt das so oft sagt, dass man, ähm, man gibt einen Daumen hoch, gibt man wieder einen Daumen hoch, heißt man entfernt den Daumen hoch. Ja, hallo, wenn man das hier mal macht, kommt, dann fühlt ich dann nichts mit dem Song aus. Jetzt erschreckt, look, this is so rave on. Jetzt kommt schnell in die Mitte, komm schnell in die Mitte. Wir brauchen drei Punkte, Leute. Ich bin mir gerade eine Spitzhacke, komm, 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 komm. Safe-Bow? Oder? Rush. Ja, Safe-Bow, Safe-Bow. Free? Keiner wollte hier in die Mitte. Oder? Nur ein Team. Wollen wir jetzt erst mal grünen? Also, ich hab sieben Gold. Ich go my back. Ja, also, ich hab, ich hab Base. Ein Punkt kam ich mir mal sicher. Warum? Du kriegst Bad? Wirst du den Sound hören? Ja. Gefühle. Nice. Vor allem beim Dr. Banks Sound-Pickel, die sich FS-E-Pischern. Ja. Der geht, der kickt dich. Oder soll ich ihn kicken? Nice. Schade, ich hätte fast noch meinen Ball getroffen. Nein, roter rennt zu gelb, roter rennt zu gelb, shit. Ich probiere ihn zu treffen, Leute. Normalerweise mache ich das nicht, weil das Assi ist. Oh! Nein, er kriegt das Bad von denen. Nein, aber ich hab den, ich hab den den schon des Jahrhunderts gegeben. Soll ich mir sagen, wir haben's dich geschafft? Wenn du ein Gold mitbringst, dann kannst du dir auch gucken mal. Wenn Geld jetzt sogar noch stirbt, dann... Ja, wir haben die Punkte schon mal. Aber ich hab die, ich wollte in die Woche geschafft. Ich wollte den grad... Der kratscht noch das Scheiß-Gold aufgesammelt. Ähm, was soll ich machen? Soll ich das Gold in die Base schmeißen? Ja, komm, ich schmeiß das Gold in die Base. Und probier mal ein bisschen. Und mach mal eins auf. Ja, komm. Komm, hauen wir noch einen auf die Zeit. Obwohl, nee. Es wird total ungeschickt, jetzt auf die Zeit zu gehen, weil damit machen wir uns nur selber sch... Dafür mitmachen wir uns nur nächste Woche selber schwieriger. Ach, scheiße, hat er den Spitzhack. Schaff ich ihn? Nein. War bei der in der Base. Der war grad beim Handeln nicht auf den Roten. Ja. Ne, das Team war das? Rot. Rot ist da, wo der Daumen rot ist. Oh, wir müssen noch einen Roten Daumen machen. Das wird easy. Ja, denk aber an die Zeit. Noch so ein bisschen, warte. Ich mach mir noch schnell. Ist ein Schwert. Na, komm, Rau. Lol, ich hab den getroffen. Hä? Na, das ist wahrscheinlich komm, 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 fertig. Nein, Zeit. Dann geh die Zeit drauf. Und wir haben es jetzt schon geschafft. Das heißt, es ist doch nur dumm für uns, wenn wir unsere Zeit toppen. Ich hab elf... Wollen wir ernsthaft? Überleg doch mal taktisch, Junge. Scheiße, ich hab den wieder hochgebustet. Wir spawnen, trappen die jetzt einfach. Ich hab elf Gold. Lass mich vor. Okay, komm, wir spawnen, trappen die jetzt einfach. Darf ich ein? Jeder holt sich ein für die KD, okay? Ja. Ich hab den. Ich wollte die eigentlich Schlussbord schalten. Tsch, tsch. Ähm... Meine Gezeihe, vier Minuten, auch die Scheiße. Äh, ja, es ist halt, es ist halt, tsch, 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 tsch. Vier Minuten, nein. Ähm, eine KD, ja. Einzicht, wir lassen, zu stürt, ist Bett. Äh, wir haben gewonnen und Neuzeit, heißt, wir haben... Ähm, heute sechs Punkte gemacht, heißt, wir schließen diese Woche richtig erfolgreich ab mit... Plus, wieviel? Wir brauchen noch. Wir brauchen noch. Ja, wir brauchen noch drei. Werden vier, ja, wir brauchten drei, und davor hatten wir elf, nee, mit 17 Punkten. Dann würde ich mal sagen, geht's einfach, äh, und tut mir leid, dass das Video auch erst am Dienstag kommt, weil wir haben es einfach vorher nicht geschafft, weil wir haben ewig nicht miteinander irgendwie geskypt und so. Ja, weil Felix, keine Lust hatte. Aber ja, ich musste ja viel, nee, ich musste viel lernen. Ja, nee, nee, im Glück schreibt Felix jetzt zu Hause und knallt erstmal die ganzen Bitches. Äh, genau, das ist es. Tut mir leid, Leute, dass ich es nicht zugeben will. Ähm, ja. Ja, liebe Grüße an dich, da machen wir nicht. Ähm, ja, Leute, also... Ähm, die Woche, ich würde, also... Ich würde sagen, wir lassen diese kreuzliche Woche jetzt gar kein Bad Wars mehr kommen. Einfach mal ein bisschen auf Abwechslung und dass es nächste Woche dann weitergeht mit Bad Wars. Ähm, ja, weil paar auch sich gesagt haben, dass sie es ein bisschen blüffeln, dass so viel Bad Wars kommt. Was ich auch voll verstehen kann und deshalb würde ich sagen, wenn jetzt das schon einmal zu spät kommt, dass wir dann halt die Woche halt, ähm, auch mal ein bisschen was anderes noch bringen. Und ja, gut. Dann würde ich sagen, wer das... Alles gesagt, haut rein und wir sehen uns, ähm... Ja, nächstes Mal wieder. Vielleicht sogar, wahrscheinlich morgen, da gibt es dann eine Servervorstellung und da könnt ihr, äh, vier White Cards gewinnen auf einem Server und ja, ähm, der richtig cool ist. Und ja, haut rein, ciao.